Jo Leute, Herzlich Willkommen zu einem ersten Video nach meiner Sommerpause. Wahrscheinlich geht so ziemlich jeder von euch noch zur Schulung und wenn nicht, dann ist auch nicht so schlimm. Denn heute geht es um Mitschüler, die so ziemlich jeder von euch kennen sollte. Beginnen wir mit dem Businessman. Das ist derjenige, der ab der 9. Klasse oder vielleicht auch schon ab der 8. Klasse, weil er einmal sitzen geblieben ist oder sogar mehrmals, einfach nie mehr Zeit hat, weil er ständig arbeiten muss. Ich konnte meine Hausaufgaben gestern nicht machen, weil ich noch ins Büro musste. Und nehmen wir mal an, ich würde heute in die Nacharbeit gehen. Das geht leider auch nicht. Ich muss wieder zum Büro. Das geht leider nicht. Ich finde, so ist das nun mal. Ganz ehrlich, es ist ja verständlich, dass man mit 14 vielleicht mal irgendwie Zeitung austrägt oder vom Nachbarn den Rasen mäht. Aber das? Weiter geht es mit dem, der einfach alles kommentiert. Liebe Schüler, ich bin euer neuer Physiklehrer. Wir müssen jetzt erstmal die Verhaltensregeln bei Unfällen im Physiksaal lernen. So, nehmen wir mal an, ich hänge jetzt hier an der Steckdose fest und mache die ganze Zeit. Und wie reagiert ihr? Wir schlagen die mit dem Holzstock. Korrekt. Weil wir haben doch mal was halt so hervorgeschlagen zu lernen. Oh, boah, böse Alter. Scheiße, Mann, Alter. Ey, der war gut. Der war richtig klasse, Bro, Alter. Okay, okay, 1-0, 1-0, 1-0. Wie kontert er zurück? Wie kontert er zurück? Oh. Bei uns sind zum Beispiel im Physik- und Chemie-Seil solche Typen was ganz schön normales. Der nächste Schülertyp ist derjenige, der sich einfach mal für den Mega-Babbo hält. Er reißt die ganze Zeit irgendwelche Scheißwitze über die Lehrer. Ich meine, irgendwo sind sie auch lustig, aber er macht die ganze Zeit das Gleiche und hält sich dann für mega knallkomisch. Und das Schlimmste ist, die meisten lachen auch noch drüber. Warum? Warum? So, liebe Klasse, auf dem Wandertag dieses Jahr gehen wir in Sea-Life. Ja, da können sie jeder Verwandten sehen. Sie sehen aus wie ein Fischstüte. Vielleicht sind sie ja. Wie läuft sie mit ihrem Aquarium zu Hause? Sind sie schon noch eingesprungen? Und einfach immer, immer wieder das Gleiche. Immer wieder der gleiche, gleiche dumme Witz. Und da wären auch noch diese einfach mega Depressiven. Die laufen in der Pause rum, reden mit niemandem, schauen unglücklich und haben dementsprechend natürlich auch schlechte Noten. Und wenn man sie dann ansprechen will. Hey, was ist denn los? Kann ich dir irgendwie helfen? Blöd, Mann, lass mich jetzt wo. Ach Mann, das ist alles so scheiße. Ganz ehrlich, am Anfang tun die mir dann leid, aber dann irgendwann auch wieder nicht. Wenn sie sich dann einfach nicht helfen lassen, wenn sie immer denken, man will sie verarschen oder so. Das ist doch auch irgendwo krank. Sollen sie zum Psychiater gehen oder so? Und dann gibt es die Schlafmütze. Die sollte wirklich jeder von euch kennen. Die schläft immer. So, jetzt macht ihr bitte in eurem Buch die Seite 51, Nummer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Was soll ich denn machen? Seite 51, Nummer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Super tolles, verfilmtes Beispiel mit so vielen tollen Requisiten. Das verdient echt einen Oscar. Der ewige Sitzenbleiber. Ganz ehrlich, ich bin jetzt in der 9. Klasse und ich hatte letztes Jahr, also in der 8. Klasse eine in der Klasse. Die könnte, letztes Jahr, wo ich aus der 8. Klasse raus bin, hätte sie schon mit der 11. Klasse fertig sein können. Also eigentlich schon ein Jahr aus der Schule raus. Weil in der Realschule hat man ja nur 10 Klassen. Der nächste Typ ist der, der einfach immer krank ist. Zum Beispiel, wenn wir eine Ex schreiben könnten oder wenn er ausgefragt werden könnte. Oder an Wandertagen. Denn Wandertage sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Letztes Jahr zum Beispiel haben sie gesagt, wir machen einen Ausflug an irgendeinen See und machen dann eine Schiffsfahrt. Was wir dann tatsächlich gemacht haben, ist, wir sind ungefähr 3 Stunden lang um den halben See rumgelaufen, haben dann eine Stunde aufs Schiff gewartet und sind dann 10 Minuten mit dem Schiff wieder zurückgefahren. Jetzt kommen wir auch schon langsam ans Ende, aber wir haben noch den Dummen. Der, der bei Fragen einfach mega dumme Antworten gibt. Und was ist die Antwort auf meine Frage? Hey, das hat keine Ahnung. Och Mensch, ich hab dir doch jetzt von fast alle Informationen gegeben. Jetzt musst du doch nur noch 1 und 1 zusammenzählen. Ah, jetzt hab ich. Warte, 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 warte. Das ist ein Schiff 2. Wirklich, das ist eine Geschichte aus meinem echten Leben. Das hab ich echt mal miterlebt. Und zu guter Letzt kommen wir zu demjenigen, der einfach mega schlecht ist und alles damit begründet, dass die Lehrer einfach schlecht sind. Oskar, ich sehe, du hast schon wieder über eine 5, du darfst schon wieder sitzen, mit 18 in der 8. Klasse im Einfressenbiel. Oskar, deswegen warum? Hä? Ja, die Lehrer sind einfach so schlecht, weil er kann einfach nix erklären, Mann. Es geht nicht. Warum haben dann die anderen alle nur 1 und 2? Ja, okay, hier noch 1, 3. Aber warum hast du eine 6 im Sieg? Tragisch, da sollte man schon mal ein bisschen drüber nachdenken. Jetzt seid aber ihr mal gefragt, schreibt mal in die Kommentare, welche von diesen Typen ihr erkannt habt oder welche ihr sogar selber seid. Genau, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mal bei meinem letzten Video vorbeischauen würdet. Das war das Ankündigungsvideo, wo ich nochmal alles genau erklärt habe, wie es jetzt weitergeht mit Harimabfurtzo. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao. Bis dahin, ciao.